Das war doch gut, wir sollten einfach anfangen. Lass Mauser voten. Denkt dran wir haben keine Zeit. Bulrak, tschüss. Der war's. Okay, tschüss. Der ist es. Das war die schnellste Runde jemals. Metzina, bitte. Wir haben keine Zeit. Wenn du hier reingehst, musst du wissen, worauf du dich einlässt. Hab doch mal Spaß. Ich seh Dizzy nächste Woche Freitag am Rennsetup. iRacing. iRacing Among Us. Geil, das geht sogar. Warte, das stell ich aber an. Das stell ich ein. Was ist passiert? Das war Blut. Also ich war das. Tamara, hast du das auch gesehen, oder nicht? Das war Blue. Ich wusste immer. Warte mal, welche Leiter hast du denn gerade reportet? Ich bin Svenny. Svenny war's. Ich hab... Alter, ich hab voll Bock auf Chips. Also, wenn wir einen Speedrun machen wollen, dann müssen wir schon Blue wählen. Ach so? Ich hab Blue gewählt, ja. Hä? Ich hab Svenny gewählt. Oh lol, Svenny war's? Ja. Ja. Wer ist rum? Ja, wir müssen aber Blue im Auge behalten. Easy win. Ich möchte ihn mal kurz ansprechen. Dafür bin ich zu schnell. Ah, ja. Ey, auf der Geschwindigkeit hast du mal das richtig scheiße. Selbst als Geist. Ja. Ja, gute Runde. Alter. 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 Warum lässt du dich töten? Sorry. Sorry. Tamar. Es hätt nicht besser laufen können. Es hätt wirklich nicht besser laufen können. Ich finde, wir haben Zukunft. Ja. Habt ihr alle getötet, oder war das der Reaktor? War das der Reaktor? Ja. Ich hab den Reaktor angemacht und Tamar hat den Blue getötet am Reaktor. Ich war im Krückstock. Tamar ist aufgelaufen. Wir gehen schon wieder rein? Ja, Tamar ist aufgelaufen. Ja, Tamar ist aufgelaufen. Es wachsen wohl schnell. Psch, 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 psch. Ihr wisst bescheiden. Oh. Schnell. 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 Ich möchte auch mal was sagen. Schnell. Das war's schon. Schnell. Schnell. Was macht ihr? Du bist doch zu lange. Oh, Mann. Hey, Mann. Was macht ihr denn da? Oh, Mann. Ihr seid ihr langsamsten Schnecken. Meine Goethe. Nur weil ihr langsam lauft, müsst ihr nicht langsam denken. Ich hab jetzt meine Chips geholt und jetzt ist ja mal Ende. Ja, jetzt Wut. Ah, ja. Ich wusste es. Komm mal. Nice. Ey, seid ihr dumm oder was? Ich war pissen gerade. Ey, und ich war's nicht mal. Seid ihr dumm? Ich würde jetzt gern Masa auch rausfoten, wenn wir zu lange brauchen. Ja, okay. Hallo? Ich war gerade... Nee. Okay, ganz ehrlich. Er redet mir auch zu viel. Ja. Wartet kurz. Ja, und wir haben schon so wenig Zeit und er redet noch nicht ganz Zeit. Echt, wirklich. Masa muss raus. Der trägt nicht zur Diskussionskultur bei. Er hat auch nicht einmal ein richtig gutes Argument gebracht. Nee, überhaupt nicht. Außer seine Schiffknister rein. Ich werde es am Support-Ticket schreiben, ihr Kleinen. Ja, mach doch. Vielleicht meldet sich jemand aus der Projektleitung. Mein Papa arbeitet mit dem Trottel. Mein Onkel arbeitet mit dem Onkel. Ich sag's nur. Dumm auch. Dein Onkel auch? Das ist eine Großfamilie. Muss ein Clan sein. Na, find ich gut eigentlich. Jungs, ich hab ein ganz schlechtes Gefühl. Das ist so gut, das war so, wie der Excel genannt wurde. Bei wem hast du... Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl bei Athena. Der redet nicht und der wurdet auch nicht schnell. Ja, find ich auch. So beschleunigen wir das auch. Ja, auf jeden Fall raus hier. Aber das bin ja ich. Ach, scheiße. Leute. Ich würde gerne mich als dieses vorschlagen. Einfach damit es schnell geht. Ich wollte aber mitvorschlagen. Ne, ne. Wer denn jetzt? Wer denn jetzt? Jungs, jetzt mal erklären. Ich könnte hier mal... Ich bin jetzt... Ich bin tot. Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht reden. Aber können wir hier mal ein bisschen Seriosität wieder reinbringen? Ja, ich wollte... Ich würde jetzt auf die Kamera einen Anzug schwimmen. Was noch Pissen? Aber jetzt mal Serios. Also ich könnte hier auch... Ich könnte hier auch... Ich könnte hier auch... Ich könnte hier auch... Das kommt auch gleiche... Dann mach du. Ja, mach doch. Trink dir doch keiner. Hol dir doch noch eine Tüte Chips. Hab ich schon. Ja. Hol dir zwei. Kann mal jemand Licht anmachen? Ich hab Angst im Dunkeln. Mach doch selbst. Ne, das kann ich nicht machen. Ich muss gerade Karl töten. So, so, so. Sorry. Ich hab schon drei Runden verpasst. Weiß ist es. Weiß? Lächerlich. Weiß? Ehrlich? Blau ist es. Nein, blau ist es. Der Karl lag in O2 und Till ist gerade rausgekommen. Ja, das kann ich bestätigen. Oh, danke. Ich hab's auch gesehen. Ich hab's dreimal wenden sehen. Ich hab blau dreimal wenden sehen. Blau hast du dreimal wenden sehen? Ja. Dreimal. Das möge ich mal viermal wenden. Tja, Liga, tut mir leid. Aber das hätte zu viel gesagt, wäre ich dabei gewesen. Aber so? Anfänger. Echt. Ganz ehrlich, das Mittelgaming hier, also. Triple easy. Oh, easy win. Easy win. Easy win. Easy win. Scheiße, Crewmate. Ah ja. Ich konnte reporten einfach. Ich weiß nur nicht wo. Ich konnte reporten! Karsten war eben zusammen mit Till und Till und Maser Dann war es Maser Ich glaube Till war Till du warst, wo warst du Till? In Shields Das ist rechts unten das Ja Da wo auch der Wend ist unten rechts Ja ok, Till war es nicht Ich bin von Cafeteria zu Navigator gelaufen Und dann zu Shields Und als letztes kam Lezina von Weapons Runter Richtung Navigation Also Till habe ich auf jeden Fall gesehen Ich bin mir nicht sicher, ob ich Maser auch gesehen habe Ich bin mir unsicher Nils, was meinst du? Ich war gerade in Storage drinnen Und ich habe glaube ich Lezina noch gesehen Ja dann Lezina Wo warst du die Leite? Nee, nee, nee Ich habe gerade Shields gemacht Und dann bist du mir am Arsch rumgekrochen Keine Ahnung was du da wolltest Nee, nee, das kann ich Ich kann das nicht gewesen sein Das muss Lega gewesen sein Der dir am Arsch rumgekrochen ist Nee, nee, nee Nee, nee, weil ich bin Ich bin nicht Welche Aufgabe hast du gemacht? Erklär das kurz Erklär das kurz Welche Aufgabe hast du gemacht? Ich habe Shields gemacht Ja, welche Aufgabe hast du da gemacht? Du musst auf die Felder klicken Genau, okay Also wenn du der Typ Der da unten warst Gemacht hat Dann war Bist du Leger War dann hinterher Oder nicht So mir verteidigt Pass auf Ich sage Ich sage Maser ist knüppeldumm Nur Punkt Oh Betrunken Aber er hat recht Patrick Maser ist glaubwürdig Und Tama und Till Verteidigen sich hier gegenseitig Ist mein Call Nein, 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 nein Hast du Patrick am Arsch geklebt? Ja oder nein? Ich habe Lezina zum Schluss bei Shields gesehen Okay, gut Dann war es Lezina nicht Und Lega auch nicht Aber Patrick sagt Du hast dich am Arsch geklebt Und du sagst, das stimmt nicht Lezina hat sich einfach falsch geguckt Ich hab halt geguckt, ob Till was macht. Ich war mir nicht sicher, bei wem er stand. Ich war gut für Tama. Für mich ist das Ding Tama nicht. Ich dachte, wir spielen jetzt mal ne ehrliche Runde. Das ist doch Bullshit. Nein, das ist aber dumm. Nein, das ist nicht dumm. Das ist so... Ohne Witz, das ist so... Nee, jetzt bin ich stinksauer. Okay. Guckst du aber. Also ganz breit. Geh gleich zig und hinterlos, aber dann aber nur mit... Ach, Hitlern. So, jetzt wählen wir Till raus und haben das Spiel gewonnen. Ich bin Pro Player, glaubt mir einfach. Was? Ich hab mal ne richtige Frage, wie machen das nicht? Macht keinen Sinn, ne? Wer ist denn jetzt gestorben eigentlich? Da ist noch jemand tot. Nee. Mops ist tot. War Mops? 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 Der bracket wird. War Mops? 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 War Mops und War Mops und sogar Mops. War Mops und war Mops und Jahr Breaking Games. Jaura,stroße. eigentlich meine Fresse halten und das ist eine ernste Runde. Aber das ist so dumm, was du laberst. Ehrlich, ich bin stinksauer. Aber das Ding ist ja, Thama hat ja irgendwo reportet und die Leiche nicht gesehen. So. Was sind ja potenziell erstmal irgendwie... Also ich denke, wir waren mit Thama schon ziemlich richtig. Ich auch nicht. Also wenn du einen Self-Report machst und du dann auch dabei als erstes direkt betonst, keine Ahnung, wo die Leiche ist, ich konnte sie nur reporten, ich hab sie nicht gesehen. Das ist halt so grenzüblich dumm, weiß ich nicht, wie man so versuchen kann zu lügen. Das stimmt tatsächlich, weil da waren keine Leiche zu sehen. Also wen wollten wir jetzt? Da war wirklich keine Leiche zu sehen. Jetzt machst du dich selber suspicious, mein Freund. Nein, wirklich nicht. Der Thama ist da links und nach links und rechts und hat sich wahrscheinlich gewundert, warum er reporten kann und ich hab auch nichts gesehen. Karl, wen wotest du? Wo lag die Leiche überhaupt? Worte gar nichts, das ist eine Ahnung zu rum, aber... Ja, einer muss ja verdichtig sein. Nee. Also für mich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Thama ist und dass Thama Till verteidigt. Ah, Thama ist tot. Warum sollte er mich verteidigen? Er hat dich aber verteidigt. Er hat gesagt, er hat mich gesehen. Achtet mal auf... Ja, achtet mal auf Till. Ja, achtet auf mich. Ach du Scheiße. Wir spielen mal eine Herzenrunde. Mach doch mal, oder Jungs? Das wird eine Herzenrunde. Ich hab dich nicht gewortet, mein Freund. Ich wollte das ausdiskutieren. Ich hab diskutiert und ich hab erst... Es ist aber auch schwer, einfach nicht votgeil zu sein, nach so einem Abend. Ja. Ja. Jawohl, ja. Das, ob ihr euch schämt, frage ich mich. Karl, vor allem, ob du dich schämst, frage ich mich. Auch nie setzt du da für einen Unsinn. Ob du dich schämst, frage ich mich. Du hast dich echt angehört mit dir dünnst. Du hast dich echt angehört mit dir dünnst. Das ist so ein Schwatsch, den Gabert. Du hast dich beide verteidigt. Wirklich, geh offline. Also geh einfach offline. Ich hab eine Frage an dich, ja? Christian, wenn du mich jetzt schon versuchst, öffentlich bloß zu stellen. Ach, Kai. Engst du es auch aus, wenn ich dich auf Twitter auszähle? Zähl mich auf Twitter aus. Zähl mich aus. Zähl mich aus. Zähl mich aus. Zähl mich aus. Mach Countdown auf drei. Fünf, vier, drei. Ich hoffe, der Tweet ist da. Stopp, stopp. Twitter.com geht gerade nicht. Ich hoffe, der Tweet ist da. Ich warte, warte kurz. Markier mich bitte. Und ich hoffe, die Leute folgen mir dann. Ah, das ist ja so. Ich mache mich. Und ich